Die Integralrechnung ist neben der Differenzialrechnung der wichtigste Zweig der mathematischen Disziplin der Analysis. Sie ist aus dem Problem der Flächen- und Volumenberechnung entstanden. Das Integral ist ein Oberbegriff für das Unbestimmte und das Bestimmte Integral. Die Berechnung von Integralen heißt Integration. Das bestimmte Integral einer Funktion ordnet dieser einen Zahlwert zu. Bildet man das bestimmte Integral einer reellen Funktion in einer Variablen, So lässt sich das Ergebnis im zweidimensionalen Koordinatensystem als Flächeninhalt der Fläche, die zwischen dem Graphen der Funktion, der Achse und den begrenzenden Parallelen zur Achse liegt, deuten. Hierbei zählen Flächenstücke unterhalb der Achse negativ. Man spricht vom orientierten Flächeninhalt. Diese Konvention wird gewählt, damit das bestimmte Integral eine lineare Abbildung ergibt, was sowohl für theoretische Überlegungen als auch für konkrete Berechnungen eine zentrale Eigenschaft des Integralbegriffs darstellt. Das unbestimmte Integral einer Funktion ordnet dieser eine Menge von Funktionen zu, deren Elemente Stammfunktionen genannt werden. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass ihre ersten Ableitungen mit der Funktion, die integriert wurde, übereinstimmen. Der Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung besagt, dass Integrale aus Stammfunktionen berechnet werden können. Im Gegensatz zur Differenzial- und Integralrechnung existiert für die Integration auch elementarer Funktionen kein einfacher und kein alle Fälle abdeckender Algorithmus. Integration erfordert trainiertes Raten, Benutzung spezieller Umformungen, Nachschlagen in einer Integraltafel oder Benutzung spezieller Computersoftware. Oft erfolgt die Integration nur näherungsweise mittels sogenannter numerischer Quadratur. In der Technik benutzt man zur näherungsweisen Flächenbestimmung sogenannte Planimeter, bei welchen die Summierung der Flächenelemente kontinuierlich erfolgt. Der Zahlenwert der so bestimmten Fläche kann an einem Zählwerk abgelesen werden, welches zur Erhöhung der Ablesegenauigkeit mit einem Nonius versehen ist. Chemiker pflegten früher Integrale beliebiger Flächen mithilfe einer Analysenwaage oder Mikrowage zu bestimmen. Die Fläche wurde sorgfältig ausgeschnitten und gewogen. Ebenso ein genau 10 cm x 10 cm großes Stück des gleichen Papiers. Eine Dreisatzrechnung führte zum Ergebnis. Geschichte Flächenberechnungen werden seit der Antike untersucht. Im 5. Jahrhundert vor Christus entwickelte Eudoxos von Knidos nach einer Idee von Antiphon die Exhaustionsmethode, die darin bestand. Verhältnisse von Flächeninhalten mittels enthaltener oder überdeckender Polygone abzuschätzen. Er konnte durch diese Methode sowohl Flächeninhalte als auch Volumina einiger einfacher Körper bestimmen. Archimedes verbesserte diesen Ansatz. Und so gelang ihm die exakte Bestimmung des Flächeninhalts einer von einem Parabelbogen und einer sekante begrenzten Fläche ohne Rückgriff auf den Grenzwertbegriff, der damals noch nicht vorhanden war. Dieses Ergebnis lässt sich leicht in das heute bekannte Integral einer quadratischen Funktion umformen. Zudem schätzte er das Verhältnis von Kreisumfang zu Durchmesser als Wert zwischen und ab. Diese Methode wurde auch im Mittelalter benutzt. Im 17. Jahrhundert stellte Bonaventura Francesco Cavalieri das Prinzip von Cavalieri auf, wonach zwei Körper das gleiche Volumen haben, wenn alle parallelen Ebenen Schnitte den gleichen Flächeninhalt haben. Johannes Kepler benutzte in seinem Werk Astronomia Nova bei der Berechnung der Maßbahnmethoden, die heute als numerische Integration bezeichnet werden würden. Er versuchte ab 1612 den Rauminhalt von Weinfässern zu berechnen. 1615 veröffentlichte er die Stereometria Doeliorum Venariorum später auch als Kepler-Schäfers-Regel bekannt. Ende des 17. Jahrhunderts gelang es Isaac Newton und Gottfried Wilhelm Leibniz unabhängig voneinander, Kalküle zur Differenzialrechnung zu entwickeln und so den Fundamentalsatz der Analyses zu entdecken. Ihre Arbeiten erlaubten das Abstrahieren von rein geometrischer Vorstellung und werden deshalb als Beginn der Analyses betrachtet. Bekannt wurden sie vor allem durch das Buch des Adligen Guillaume-François-Antoine Marquis de l'Hospital, der bei Johann Bernoulli Privatunterricht nahm und dessen Forschung zur Analyses so publizierte. Der Begriff Integral geht auf Johann Bernoulli zurück. Im 19. Jahrhundert wurde die gesamte Analyses auf ein solideres Fundament gestellt. 1823 entwickelte Augustin Louis Couchy erstmals einen Integralbegriff, der den heutigen Ansprüchen an Stringenz genügt. Später entstanden die Begriffe des Riemann-Integrals und des Lebesgue-Integrals. Schließlich folgte die Entwicklung der Maßtheorie Anfang des 20. Jahrhunderts. Integral für kompakte Intervalle Kompakt bedeutet hier beschränkt und abgeschlossen, es werden also nur Funktionen auf Intervallen der Form betrachtet. Offene oder unbeschränkte Intervalle sind nicht zugelassen. Ein Ziel der Integralrechnung ist die Berechnung von Flächeninhalten krummlinig begrenzter Bereiche der Ebene. In den meisten in der Praxis auftretenden Fällen sind derartige Flächen beschrieben durch zwei stetige Funktionen auf einem kompakten Intervall, deren Graphen die Fläche begrenzen. Doppelpunkt Doppelpunkt Der Flächeninhalt der schraffierten Fläche im linken Bild ist gleich der Differenz der schraffierten Bereiche in den beiden rechten Bildern. Es genügt also sich auf den einfacheren Fall einer Fläche zu beschränken, die begrenzt wird von dem Graphen einer Funktion, zwei vertikalen Geraden und sowie der Achse. Aufgrund seiner fundamentalen Bedeutung erhält dieser Typ Flächeninhalt eine spezielle Bezeichnung, gelesen als Integral von bis über, statt kann auch eine andere Variable abgesehen von und gewählt werden, zum Beispiel, was den Wert des Integrals nicht ändert. Verschiebt man den Graphen einer Funktion in Richtung der Achse um ein Stück, so kommt zu der betrachteten Fläche ein Rechteck hinzu. Das Integral ändert sich um den Flächeninhalt dieses Rechtecks der Breite und der Höhe. In Formeln betrachtet man eine stetige Funktion, deren Werte negativ sind, so kann man stets ein finden, sodass die Werte im Intervall alle positiv sind. Mit der vorhergehenden Überlegung erhält man das heißt, das Integral von ist die Differenz der Flächeninhalte des weißen Bereichs in der Mitte und dem umgebenden Rechteck. Diese Differenz ist aber negativ, das heißt, soll die obige Formel für beliebige Funktionen korrekt sein. So muss man Flächen unterhalb der Achse negativ zählen. Man spricht deshalb von einem orientierten bzw. gerichteten Flächeninhalt. Wenn eine oder mehrere Nullstellen im zu untersuchenden Intervall vorliegen, gibt das Integral nicht mehr den Flächeninhalt an, sondern die Summe aus den Flächeninhalten der Teilflächen oberhalb der Achse und den Flächeninhalten der Teilflächen unterhalb der Achse. Benötigt man in einem solchen Intervall die Fläche zwischen Achse und Grave der Funktion, muss das Integral an den Nullstellen aufgeteilt werden. Hauptartikel Es ist nicht einfach den Begriff des Flächeninhaltes mathematisch präzise zu fassen. Im Laufe der Zeit wurden dafür verschiedene Konzepte entwickelt. Für die meisten Anwendungen sind deren Details jedoch unerheblich, da sie unter anderem auf der Klasse der stetigen Funktionen übereinstimmen. Im Folgenden werden einige Eigenschaften des Integrals aufgelistet, die oben motiviert wurden und unabhängig von der genauen Konstruktion für jedes Integral gelten. Außerdem legen sie das Integral stetiger Funktionen eindeutig fest. Es seien reelle Zahlen und es sei ein Vektorraum von Funktionen, der die stetigen Funktionen umfasst. Funktionen in werden integrierbar genannt. Dann ist ein Integral eine Abbildung geschrieben mit den folgenden Eigenschaften. Linearität Punkt Punkt Monotonie Erste für alle so ist Integral der charakteristischen Funktion eines Intervalls Erste ein Intervall und ist So ist gleich der Länge des Intervalls Bezeichnungen die reellen Zahlen und heißen Integrationsgrenzen. Sie können oberhalb und unterhalb des Integralzeichens oder seitlich vom Integralzeichen geschrieben werden. Oder die zu integrierende Funktion heißt Integrant. Die Variable heißt Integrationsvariable. Erste die Integrationsvariable, so spricht man auch von Integration über. Die Integrationsvariable ist austauschbar. Statt kann man genauso gut oder schreiben. In dem obigen Beispiel führt es zu unerwünschten Mehrdeutigkeiten, wenn man die Buchstaben oder verwendet, da sie bereits als Bezeichner für die Integrationsgrenzen fungieren. Daher sollte man darauf achten, dass das für die Integrationsvariable verwendete Zeichen nicht schon mit einer anderen Bedeutung belegt ist. Der Bestandteil wird Differenzial genannt, hat aber in diesem Kontext meist nur symbolische Bedeutung. Daher wird hier nicht versucht ihn zu definieren. Am Differenzial liest man die Integrationsvariable ab. Die symbolische Schreibweise von Integralen geht auf den Mittagsbeschreiber der Differenzial- und Integralrechnung Gottfried Wilhelm Leibniz. Zurück, das Integralzeichen ist aus dem Buchstabenlanges S für Lateinisch Summa abgeleitet. Die multiplikativ zu lesende Notation deutet an, wie sich das Integral dem Riemann-Integral folgend aus Streifen der Höhe und der infinitesimalen Breite zusammensetzt. In der theoretischen Physik wird aus pragmatischen Gründen oft eine leicht andere Schreibweise für Integrale benutzt. Dort wird statt oft geschrieben, manchmal werden an verschiedenen Stellen sogar beide Schreibweisen benutzt. Die zweite Schreibweise hat den Nachteil, dass die zu integrierende Funktion nicht mehr durch- und eingeklammert wird. Zudem können Missverständnisse Z, B beim LeBest-Integral auftreten. Die alternative Schreibweise hat jedoch auch einige Vorzüge. Der Ausdruck hebt hervor, dass das Integral ein linearer Operator ist, der auf alles rechts von ihm wirkt. Oft tauchen in der Physik Integrale auf, bei denen die zu integrierende Funktion mehrere Zeilen lang ist oder es wird über mehrere Unbekannte integriert. Dann weiß man bei der Schreibweise schon zu Beginn des Integrals, welche Variablen überhaupt und über welche Grenzen integriert werden. Ferner ist dann die Zuweisung von Variablen zu Grenzen einfacher. Die Kommutativität der Produkte bei den in der Riemann-Zernäherung auftretenden Summanden wird betont. Beispiel, statt einfache Folgerungen aus den Axiomen Erste für alle so ist, bezeichnet man mit die Supremumsnorm von auf so gilt Erste für alle mit einer festen Zahl so gilt. Daraus folgt Erste eine Folge von integrierbaren Funktionen, die gleichmäßig gegen eine Funktion konvergiert, so ist mit anderen Worten. Das Integral ist ein stettiges Funktional für die Supremumsnorm. Integrale von Treppenfunktionen Erste eine Treppenfunktion, das heißt ist eine disjunkte Vereinigung von Intervallen der Längen, so dass auf konstant mit Wert ist, so gilt. Also anschaulich gleich der Summe der orientierten Flächeninhalte der Rechtecke zwischen dem Funktionsgrafen von und der Achse, Stammfunktionen und der Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung. In gewisser Hinsicht ist Integration die Umkehrung der Differenziation. Um dies zu präzisieren wird der Begriff der Stammfunktion benötigt. Erste eine Funktion, so heißt eine Funktion eine Stammfunktion von, wenn die Ableitung von gleich ist. Der Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung stellt die Beziehung zwischen Stammfunktionen und Integralen her. Er besagt, Erste eine stetige Funktion auf einem Intervall und ist eine Stammfunktion von, so gilt die rechte Seite wird oft abkürzend als oder ähnliches geschrieben. Dieser Zusammenhang ist die hauptsächliche Methode zur expliziten Auswertung von Integralen. Die Schwierigkeit liegt meist im Auffinden einer Stammfunktion. Die bloße Existenz ist theoretisch gesichert. Die Integralfunktion ist für jedes eine Stammfunktion von. Man kann zu einer Stammfunktion eine Konstante erdieren und erhält wieder eine Stammfunktion. Erste eine Stammfunktion zu einer Funktion und ist eine Konstante. So ist zwei Stammfunktionen derselben auf einem Intervall definierten Funktion unterscheiden sich um eine Konstante. Sind und Stammfunktionen derselben Funktion, so ist also ist die Differenz eine Konstante. Erste der Definitionsbereich von kein Intervall, so ist die Differenz zweier Stammfunktionen lediglich lokal konstant. Eine Stammfunktion wird auch als unbestimmtes Integral von bezeichnet, manchmal ist damit aber auch die Menge aller Stammfunktionen gemeint. Erste eine Stammfunktion, so schreibt man häufig unpräzise um anzudeuten, dass jede Stammfunktion von die Form mit einer Konstante hat. Die Konstante heißt Integrationskonstante. Man beachte, dass die Schreibweise jedoch auch häufig in Formeln benutzt wird, um anzudeuten, dass Gleichungen für beliebige, konsistent gewählte Grenzen gelten. Beispielsweise ist mit gemeint, dass für beliebige gilt. Siehe dazu den Artikel. Im Gegensatz zur Ableitungsfunktion ist die explizite Berechnung einer Stammfunktion bei vielen Funktionen sehr schwierig oder nicht möglich. Oft schlägt man Integrale deshalb in Tabellenwerken nach. Zur händischen Berechnung einer Stammfunktion ist häufig die geschickte Anwendung der folgenden Standardtechniken hilfreich. Hauptartikel, die partielle Integration ist die Umkehrung der Produktregel der Differenzialrechnung. Sie lautet, Punkt. Diese Regel ist dann von Vorteil, wenn die Funktion einfacher als die Funktion zu integrieren ist. Hierbei sind jedoch die Produkte und nicht die Faktoren selbst zu bewerten. Beispiel, Hauptartikel, die Substitutionsregel ist ein wichtiges Hilfsmittel, um einige schwierige Integrale zu berechnen, da sie bestimmte Änderungen der zu integrierenden Funktion bei gleichzeitiger Änderung der Integrationsgrenzen erlaubt. Sie ist das Gegenstück zur Kettenregel in der Differenzialrechnung. Bei gebrochen rationalen Funktionen führt häufig eine Polynomdivision oder eine Partialbruchserlegung zu einer Umformung der Funktion, die es erlaubt. Eine der Integrationsregeln anzuwenden. Oft ist es möglich, unter Ausnutzung der speziellen Form des Integranten die Stammfunktion zu bestimmen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, bei einem bekannten Integral zu beginnen und dieses durch Integrationstechniken so lange umzuformen, bis das gewünschte Integral entsteht. Beispiel, um zu bestimmen, integrieren wir das folgende ähnliche Integral partiell. Durch Umstellen folgt Anwendungen, um den Mittelwert einer gegebenen stetigen Funktion auf einem Intervall zu berechnen. Benutzt man die Formel, da diese Definition für Treppenfunktionen mit dem üblichen Mittelwertbegriff übereinstimmt, ist diese Verallgemeinerung sinnvoll. Der Mittelwertsatz der Integralrechnung besagt, dass dieser Mittelwert von einer stetigen Funktion im Intervall auch tatsächlich angenommen wird. Ein physikalisches Phänomen, an dem der Integralbegriff erklärt werden kann, ist der freie Fall eines Körpers im Schwerefeld der Erde. Die Beschleunigung des freien Falls in Mitteleuropa beträgt ca. 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Die Geschwindigkeit eines Körpers zur Zeit lässt sich daher durch die Formel ausdrücken. Nun soll aber die Wegstrecke berechnet werden, die der Fallende Körper innerhalb einer bestimmten Zeit zurücklegt. Das Problem hierbei ist, dass die Geschwindigkeit des Körpers mit der Zeit zunimmt. Um das Problem zu lösen, nimmt man an, dass für eine kurze Zeitspanne die Geschwindigkeit, die sich aus der Zeit ergibt, konstant bleibt. Die Zunahme der Wegstrecke innerhalb des kurzen Zeitraums beträgt daher. Die gesamte Wegstrecke lässt sich daher als ausdrücken. Wenn man nun die Zeitdifferenz gegen Null streben lässt, erhält man. Das Integral lässt sich analytisch angeben mit. Die allgemeine Lösung führt zur Bewegungsgleichung des im konstanten Schwerefeld fallenden Körpers. Punkt. Weiter lässt sich aus dieser Bewegungsgleichung durch Differenzieren nach der Zeit die Gleichung für die Geschwindigkeit und durch nochmaliges Differenzieren für die Beschleunigung herleiten. Punkt. Weitere einfache Beispiele sind. Die Energie ist das Integral der Leistung über die Zeit. Die elektrische Ladung eines Kondensators ist das Integral des durch ihn fließenden Stromes über die Zeit. Das Integral des Produktes der spektralen Bestrahlungsstärke in W2 Hertz mit der spektralen Hellempfindlichkeitskurve des Auges liefert die Beleuchtungsstärke. Das Integral der Strömungsgeschwindigkeit über den Querschnitt eines Rohres liefert den gesamten Volumenstrom durch das Rohr. Konstruktionen Cauchy Integral eine Regelfunktion ist eine Funktion die sich gleichmäßig durch Treppenfunktionen approximieren lässt. Aufgrund der erwähnten Kompatibilität des Integrals mit gleichmäßigen Limites kann man für eine Regelfunktion, die gleichmäßiger Limes einer Folge von Treppenfunktionen ist, das Integral definieren als wobei das Integral für Treppenfunktionen durch die oben angegebene Formel definiert wird. Die Klasse der Regelfunktionen umfasst alle stetigen Funktionen und alle monotonen Funktionen ebenso alle Funktionen, für die sich in endlich viele Intervalle unterteilen lässt, sodass die Einschränkung von auf eine stetige oder monotone Funktion auf dem abgeschlossenen Intervall ist. Für viele praktische Zwecke ist diese Integralkonstruktion völlig ausreichend. Riemann Integral Hauptartikel Ein Ansatz zur Berechnung des Integrals ist die Approximation der zu integrierenden Funktionen durch eine Treppenfunktion. Die Fläche wird durch die Summe der Flächeninhalte der einzelnen Rechtecke unter den einzelnen Treppenstufen angenähert. Zu jeder Zerlegung des Integrationsintervalls kann man dazu einen beliebigen Funktionswert innerhalb jedes Teilintervalls als Höhe der Stufe wählen. Dies sind die nach dem deutschen Mathematiker Bernhard Riemann bezeichneten Riemann-Summen. Wählt man in jedem Teilintervall der Zerlegung gerade das Supremum der Funktion als Höhe des Rechtecks, so ergibt sich die Obersumme, mit dem Infimum die Untersumme. Die Differenz zwischen Ober- und Untersumme lässt sich durch das Produkt aus der ebenfalls von Riemann eingeführten Variation und der maximalen Intervalllänge in der Zerlegung abschätzen. Somit konvergieren die Riemann-Schen zwischen Summen gegen einen bestimmtes Integral genannten Wert. Wenn die Breite der Rechtecke gegen Null strebt und die totale Variation endlich ist, dieser Grenzwert kann nicht für alle Funktionen oder Integralgrenzen explizit berechnet werden. Das beschriebene Verfahren wird als Riemann-Integration bezeichnet. Funktionen beschränkter totaler Variation sind alle stetigen und stückweise stetigen sowie alle monotonen Funktionen. Umgekehrt kann man zeigen, dass es für solche Funktionen nur abzählbar viele Unstettigkeitsstellen geben kann und dass deren Anzahl für jede Sprunghöhe endlich ist. Das Riemann-Integral kann nicht bei Integranten unendlicher Schwankung, zum Beispiel Funktionen mit oszillierenden Singularitäten wie oder der Indikatorfunktion der rationalen Zahlen im Intervall 0,1 angewendet werden. Deshalb wurden erweiterte Integralbegriffe von Henry Leon Lebesgue, Thomas Jean Stiercius und Alfred H. eingeführt, die für stetige Integranten das Riemann-Integral reproduzieren. Hauptartikel Beim Stiercius-Integral geht man von monotonen Funktionen aus oder von solchen mit endlicher Variation. Das sind Differenzen von zwei monotonen Funktionen. Und definiert für stetige Funktionen Riemann-Stiercius-Sche Summen als durch Liemann-Missbildung in der üblichen Weise erhält man dann das sogenannte Riemann-Stiercius-Integral. Solche Integrale sind auch dann definiert, wenn die Funktion nicht differenzierbar ist. Ein bekanntes Gegenbeispiel ist die sogenannte Heaviside-Funktion, deren Wert gleich 0 für die negativen Zahlen 1 für positive und z, b für den Punkt ist. Man schreibt für und erhält so die verallgemeinerte Funktion das sogenannte Dirac-Maß als ein nur für den Punkt definiertes Maß. Le Best-Integral Hauptartikel Einen moderneren und in vielerlei Hinsicht besseren Integralbegriff als den des Riemann-Stier-Integrals liefert das Le Best-Integral. Es erlaubt z.B. die Integration über allgemeine Maßräume. Das bedeutet, dass man Mengen an Maß zuordnen kann, welches nicht notwendig mit ihrer geometrischen Länge bzw. ihrem Rauminhalt übereinstimmen muss, so z.B. Wahrscheinlichkeitsmaße in der Wahrscheinlichkeitstheorie. Das Maß, welches dem intuitiven Längen- bzw. Volumenbegriff entspricht, ist das Le Best-Maß. In der Regel wird das Integral über dieses Maß als Le Best-Integral bezeichnet. Man kann beweisen, dass für jede Funktion, die über einem kompakten Intervall Riemann integrierbar ist, auch das entsprechende Le Best-Integral existiert und die Werte beider Integrale übereinstimmen. Umgekehrt sind aber nicht alle Le Best-Integrierbaren Funktionen auch Riemann integrierbar. Das bekannteste Beispiel dafür ist die Dirac-Le-Funktion, also die Funktion, die für rationale Zahlen den Wert 1, aber für irrationale Zahlen den Wert 0 hat. Neben der größeren Klasse an integrierbaren Funktionen zeichnet sich das Le Best-Integral gegenüber dem Riemann-Integral vor allem durch die besseren Konvergenzsätze aus und die besseren Eigenschaften der durch das Le Best-Integral normierten Funktionenräume. In der modernen Mathematik versteht man unter Integral- oder Integrationstheorie häufig den Le Best-Schen-Integral-Begriff. Uneigentliches Integral Hauptartikel Das Riemann-Integral ist nur für kompakte, also beschränkte und abgeschlossene Intervalle definiert. Eine Verallgemeinerung auf unbeschränkte Definitionsbereiche oder Funktionen mit Singularitäten bietet das uneigentliche Integral. Auch in der Le Best-Theorie können uneigentliche Integrale betrachtet werden, jedoch ist dies nicht so ergiebig, da man mit dem Le Best-Integral schon viele Funktionen mit Singularitäten oder unbeschränktem Definitionsbereich integrieren kann. Das ist ein sehr guter Punkt, aber das ist ein sehr guter Punkt.